Gitarre spielt oder es auch lernen will, sollte sich das Spiel auf jeden Fall holen. Ich kann ein authentisches Gitarrenspiel endlich mal richtig spielen, jeder der Gitarre lernen will, der kann es damit schon lernen, das ist echt genial. Ich bin total begeistert, ich habe gerade Rocksmith gespielt und ich bin Gitarrenanfänger, habe noch nie Gitarre vorher gespielt und jetzt habe ich auf jeden Fall die ersten Akkorde gelernt und es hat super viel Spaß gemacht und irgendwann bin ich echt besser geworden und das Spiel hat sich angepasst vom Level her und ich kann es mir empfehlen, spielt Rockon! Also ich habe es eben angespielt, es ist eigentlich echt geil, also ich spiele selber seit vielleicht ein, zwei Jahren Gitarre. Ich habe von gehört, ein bisschen kritisch, aber ich muss sagen, es ist echt cool. Ich habe eben, ich glaube von Nirvana Breed gespielt und ich muss sagen, also wenn ich jetzt Gitarre lernen wollte, ich glaube es wäre eine gute Alternative als ein Gitarrenlehrer, ist echt Hammer. Ich bin ein echter Rockstar! Ja! 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 Bis zum nächsten Mal.